den ganzen Weg zurück hat jeder was kann jetzt lieb nicht liegen lassen hier sind es ist doch eh nichts mehr da die sind noch von vielen Dings e heilen und dann ein Medi-Pack mitnehmen oder wie hier klar alles was sie können ja wer hat noch kein Medi-Pack ich jetzt geht's gut ok dann heile ich mich nicht ja das wäre auch unsinnig dich jetzt zu heilen den Elektroschocker Schwert habe ich schon nicht wenn ich Baseballstege noch die Pipe die werden solche Kölnwaffen erwartet da voll ausgerüstete Muni und so alles Volk ja guck mal was die Scheiße hier ist ich habe ja noch mal eine Superwaffe und hier noch mal abwecken so und die ist nur Scheiße okay ich brauche nur eine bessere Waffe bereit nein hier hinten liegt noch eine Dingspritze in der Adrenalin Adrenalin genau wo wo weil ich hab's jetzt gibt's noch eine Fresse warum sagst du das dann jetzt gibt's noch eine Fresse ich brauche einen guten Schnellschuss die ganze äh da wo Zombies sind, sind wir richtig, ne also ja, schau mal den Zombies nach mit dem Schwert in die Fresse da kaputt ist hier am Anfang Spat Munition wird es haben wir gleich keine mehr Dallappen 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 doch da waren drei Stück Dallappen 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 ich binniejs gegen ukrain Marc Dallappen ja heitel Dallappen ich glaube ich war vor dem haus wir sind die erste aber wenn ich hätte der die abgab da soll und auch auf sie reinges Haus lauf zu laufen Statt Reiter passt auf bei mir ist die gleichen Jockey es ist sicherlich auf meinem Kopf im Hof aber gerade noch mit 5 so kann ich nicht das wird die Angelegenheit er kann aber war da waren zwei Stück los aber auch ein sie waren auf dem Schrank drauf er hat nicht gewünscht, so wird so schnell Nacht, Junge, war gerade noch Henninger Tag, richtiges Sommerwetter Das war ja im Safe-Room Ja, nicht lange war mit dem Safe-Room Ja, schießt mich ab Vollgemacht, Simon Er rennt immer vor, nicht Ich stand an, ich stand an, guck mal, ich stand hier am Ende, du hast ja getroffen Du hast ja getroffen Du hast ja jetzt schon die Schlampe Du hast ja jetzt schon wieder platt Ja Die Witch ist hier oben, hinten drin Ja, lass die Witch rein Lass die einfach hinten, Witch, ja Oh, Scheiße Ich werb ne Rohrbombe Mach das Boah, das bringt jetzt Aua Ja, jetzt noch für vornherein Das war ja zu, ist schon Absicht Nein, nein, nein Der war bei euch oben? Der war ganz oben Ja, der war Ja, der war Ich hab die Nadelschlor getrennt Ich hab die Nadelschlor getrennt Ey, ich bin von langem, weil ich verletzt bin Ich bin auch verletzt Ich bin auch verletzt Ja, aber nicht gut, dass ich hier verletzt Ich hab die Nadelschlor getrennt 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 Ich hab immer genug Ich hab die Nadelschlor getrennt Ich hab die Nadelschlor getrennt 4 aber auch nicht lauf weiter sieben das ist unsere letzte Hoffnung die Pläne mit mir auch auf 3 vor dem Umweg gelaufen ja auch da ist ein Spukau kommen nicht als so ein als er nicht mal was hat er hey ich muss hier noch getroffen haben hier so 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 läuft halt wie quasi Modo das ist doch so ausweiten wie die Kanister auf dem Rücken hast ey ihr könnt auch nicht warten warte lasst mich mal eben heilen lass uns zurück in die Wand gerade Simon lass mich mal eben heilen lass mich mal eben heilen muss mich fahrzeichen verreckt ihr beiden ja ich muss das nicht verabschieden nein Florian hält es aus tut mir leid dass ich auch so wenig Leben hatte wie du ich habe auch oder gefallen dann noch dieses Papier von der Frau die Kettensäge ich habe nicht gemacht ich sehe ich schießt da gerade auf die Formidur schon wieder nein das ist doch immer lieber also alle getrennt ja ich hab kein MediPack und er wird aber ein ich habe ein an auch ich werde ich werde weiter ich mache doch noch was und dann war es das. Ja, achso, wir schieben jetzt noch... Ja. Aufs Gehen, ne? Oh, nein, ich bin runtergefallen! Egal, dann laufen wir unten weiter. Achso, okay. Das ist voll langsam. Ja, okay. Müssen wir hier in das Haus rein, oder wohin? Was geschickt? Das schüttet wie auf Daimame. Hier ist der Schutzraum! Safe Room! Und hier bitteschön, der Safe Room! Da drin! So, wo wir vorhin alle... Woah, schade! Ach, es sind wieder Midi-Kids da, zwei. Ja, da sind immer welche noch wieder. Ich brauche einen! Boah, ich hab den Zombie nicht mehr reingelassen! Oh mein Gott, ich bin zum ersten Mal nicht erster bei allgemeiner Abwehr. Ja, weil du die ganze Zeit mich abgeschossen hast! Und das ist vielleicht der Witschiege! Ich hab mich zurückgehalten, weil ich mich nicht auf die Idee machte! Alter! Boah, bei mir noch nichts, war ich vorne! Ich war noch nichts erster! Alter! Ja, ich glaub der Keller von uns hier ist ein bisschen über...